Herzlich Willkommen zu LS19 auf der Hofbergbahn. Ich hoffe, das ist jetzt immer noch so okay, wie das passieren wird und was passieren wird. Ich werde jetzt erstmal die Kühlversorgung her. Es ist 19.30 Uhr. Ich habe da gestern noch ein bisschen mit OBS rum experimentiert, aber mit OBS hat das absolut nicht funktioniert. Und aus dem Grund wird das jetzt so sein, dass wir das jetzt nicht wieder über den anderen Programm machen. Ich dachte mal so viel OBS, 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 habe ich gedacht, ne, probierst du das mal mit OBS aus. Nein, es hat nicht funktioniert und von daher ist das auch okay. Ich werde das jetzt so machen, wie ich mir das jetzt denke. Und gut ist, mein Headset funktioniert jetzt. Nicht so wie im allerersten Video und da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. Das Video wird jetzt aber auch nicht ewig und drei Tage gehen, weil es ist schon 19.30 Uhr und wir haben so einige Songe verloren. Ich denke mal, das liegt jetzt so daran, dass ich Delma den Laptop angelassen habe, das Spiel angelassen habe. Und ja, nicht dabei war. Aber, shit happens, passiert. Und ja, jetzt will ich jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich habe nämlich Feierabend. Und der Kaffee muss der jetzt einfach sein. So, jetzt werden wir nochmal nachgucken, weil früher der Sperr, ich denke mal, ich werde den FN-700 noch verkommen. Und da verzichte ich auf diese PS, weil... Jawohl, wir haben ja erstmal, ne? Alles, was wir brauchen. Das heißt, ich werde, ähm... Siebkühl haben wir, das ist doch schon mal gut. Strom, Wasser brauchen sie noch. Okay. Das heißt, wir benötigen jetzt definitiv noch Stroh gleich. Aber das können wir ja dann auch getrost mit dem Kramer machen. Check. Check. Ich warte jetzt noch mehr oder weniger darauf, dass unser... Wie wird durch ein Objekt blockiert? Wie, was für ein Objekt wird? Ne, jetzt hier wird er blockiert. Äh, schon bald hier mehr hoch geht oder so. Ich wollte schon sagen, geht ja gar nicht. Durch ein Objekt blockiert. Geht. 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 was soll das denn der steckte doch drin naja die folge zieht sich dann natürlich umso länger ich hier brauche umso mehr zieht sie sich das ist klar das fahrrad ich finde ich nicht mehr auf auf und man und 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 Schnell, 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 schnell. Wie gesagt, ich hätte ja auch gerne gestern Abend noch eine Folge gebracht, aber es hat ja nicht geklappt. Deswegen kommen heute zwei, das ist so, denke ich mal, Phase, was passieren wird. Ich weiß auch nicht, was da fällt jetzt in Nacht, was da überhaupt drauf ist. Da ist Rapsdorf, okay. Ist auch schon erntereif, okay. Das werden wir dann aber, denke ich mal, in der nächsten Folge auf jeden Fall erst machen. Und wir werden es dann auch gleich verkaufen und uns von dem Geld ein paar Enten kaufen. Und dann... Und dann... Und dann... Der Treffer kann ja dann nächstes Mal das Feld 4 auch erst mal ernten. Und wir werden dann ein bisschen Stroh abfahren schon mal. So ein Glasfeld haben wir ja, soviel ich weiß jetzt nicht, oder? Von daher, da müsste man dann gucken, wie wir das am besten machen. Aber wie gesagt, es gibt soviel zu tun auf dieser Mappe, ey. Und ich find das auch geil. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß und tschau tschau.